Hallo, willkommen in leider noch nassen Ostfriesland. Ich habe im Winter ein Video für meinen Kanal Golfen mit Freude gemacht. Es ging um die Ballfluggesetze. Warum macht der Ball überhaupt das, was er macht? Das ist so wichtig zu wissen, weil dann weiß ich, was ich ändern muss. Schlagfläche oder Schwungrichtung. Ich habe entschieden, dieses Video auf Ohn-Hodry-Golf zu veröffentlichen, weil ich denke, das ist für dich wichtig. Egal, ob du Anfänger oder gute Spiele bist, schau es dir an. Viel Spaß! Leider ist es so, dass wir nicht immer gerade ausschlagen. Ich möchte dir heute helfen, herauszufinden, was du im Treffmoment gemacht hast mit der Schlagflächestellung, wie die Schlagfläche zeigt, und was du beim Durchschwingen gemacht hast. Hast du zu sehr nach rechts geschwungen, zu sehr nach links oder zum Ziel? Dieses Wissen ist für alle Golfe wichtig. Auch Golfe, die nicht viel Erfahrung haben. Ich werde es so einfach wie möglich erklären. Und ich denke, es ist auch ziemlich einfach zu verstehen. Schau ruhig dieses Video ein paar Mal, damit du wirklich das siehst und verstehst, aha, dass die Schlagfläche war rechts oder links verkantet und die Schwungrichtung war nach rechts oder nach links. Das wird dir helfen. Dann kannst du auf die Range gehen. Du brauchst nur die Bälle anzuschauen, wie sie fliegen. Und du wirst wissen, was du ändern solltest. So, eigentlich ist das, was du siehst, dein Golflehrer. Okay. So, ich schlage erst mal die zwei typischen Bälle. Ein Slice und ein Hook. Und ich erkläre, warum der Ball das gemacht hat. Jetzt kommt ein schöner Ball nach rechts. Übrigens, das, was ich heute sage, ich gehe davon aus, dass du den Ball mittig getroffen hast. Klar, wenn du den Ball mit der Spitze triffst oder mit der Hacke, der wird auch nicht gerade fliegen. Aber da ist die Ursache ganz klar nicht mittig getroffene Bälle. So, bitte. Denkt daran, der Ball muss einigermaßen getroffen werden. So, da liegt mein Ball. Ganz doof im Bunker. Und zwei Sachen hat er gemacht. Der ist rechts gestartet, nach da. Und der hat eine Kurve nach rechts gemacht. Okay, so. Warum ist er nach rechts geflogen? Du kannst immer davon ausgehen, dass wenn dein Ball nicht geradeaus startet, dass die Schlagfläche dafür verantwortlich ist. So, in diesem Fall zeigte meine Schlagfläche nach rechts. Und deswegen ist der Ball nach rechts gestartet. So, das ist schon super Wissen, oder? Jetzt weiß ich, dass die Schlagfläche die Ursache war. Jetzt kann ich die Schlagfläche korrigieren. Vielleicht beim Stand muss ich den Schlagfläche etwas schließen. Oder vielleicht muss ich meinen Griff stärken. Vielleicht muss ich an meinen Release denken. Vielleicht muss ich lockere Hände haben. Das ist alles möglich. Da kann ein Golflehrer dir sehr schnell helfen. Und wenn du dieses Wissen vom Golflehrer hast, wirst du super schnell das korrigieren können. Reden wir aber jetzt auch über die Flugkurve. Der Ball machte eine Kurve nach rechts. Und wie du das verstehen kannst, ist folgendes. Wenn die Schwungrichtung, also die Richtung, in der der Schläger sich bewegt, wenn die Schwungrichtung anders ist als die Schlagflächestellung, dann wird der Ball immer eine Kurve machen. So, meine Schlagfläche war rechts verkantet. Und zwar ganz viel. 12,6 Grad ist ganz viel. Übrigens, je schneller du schwingst, desto doller wird die Auswirkung sein. Meine Schwungrichtung war 2,7. So, meine Schwungrichtung war nach da. Und meine Schlagfläche war so. Und diese Differenz sorgt dafür, dass der Ball eine Kurve nach rechts macht. Wäre meine Schwungrichtung genau wie meine Schlagflächestellung, wenn mein Schläger genau in die Richtung gezeigt hätte, wie ich geschwungen habe, dann wäre der Ball gerade nach rechts geflogen. Ich werde versuchen, es nicht so ganz einfach, das hinzubekommen. Ich werde etwas nach rechts schwingen und ich werde auch gucken, dass meine Schlagfläche etwas nach rechts zeigt, dass es gleich ist. Da habe ich ein paar Versuche gebraucht. Okay, so jetzt ist der Ball gerade nach rechts geflogen mit kaum Kurve. Und der Ball ist rechts gestartet wieder, weil die Schlagfläche 9 Grad offen war. Also wenn die Schlagfläche rechts ist, fliegt der Ball nach rechts. Und die Schwungrichtung, Club Path ist Schwungrichtung, war 8,3. War fast identisch. Und dann fliegt der Ball gerade. Wenn diese Schwungrichtung weniger nach links gewiesen wäre, also nur 2,3 Grad, dann hätte der Ball die Kurve gemacht nach rechts. Wäre meine Schwungrichtung weit nach rechts gewesen, viel weiter als die Schlagflächestellung, dann hätte der Ball die Kurve in die andere Richtung gemacht. So, jetzt wird etwas Interessantes passieren. So, dieser Ball hat eine Kurve nach links gemacht und der Ball ist rechts gestartet. Okay, da ist das Ziel, die Linie. So, warum ist der Ball rechts gestartet? Richtig, weil die Schlagfläche nach rechts zeigte. 3 Grad nach rechts war die Schlagfläche offen. Aber warum machte diesen Ball jetzt eine Kurve nach links? Und hier müssen wir auf die Schwungrichtung schauen. 9,7 Grad nach rechts war meine Schwungrichtung. So, vorhin beim Slice war die Schwungrichtung viel weiter links, was die Schlagfläche gezeigt hat. Und dieses Mal, meine Schlagfläche hat nur leicht rechts vom Ziel gezeigt. Aber die Schwungrichtung war stark nach rechts. Und so habe ich den Ball angeschnitten. So, ich bin nach da zu sehr gegangen. Und der Ball hat die Kurve nach links gemacht. So, jetzt mache ich einen ganz dollen Hook. Der Ball startete links. Das ist jetzt einfach. Wir wissen, die Schlagfläche war links verkantet. 5,8 Grad. Da muss ich unbedingt an meinen Griff ändern. Etwas schwächern. Oder beim Stand die Schlagfläche etwas öffnen. Und der Ball machte eine Banane, eine Kurve nach links. Und warum? Die Schlagfläche war 5 Grad nach links. Die Schlagfläche zeigte links. Aber die Schwungrichtung war 4,3 Grad nach rechts. Und diese Differenz bedeutet eine Flugkurve nach links. Okay, so, das war für Hook. Jetzt schlage ich einfach ein paar Bälle. Und ich werde kommentieren. Und falls du es noch nicht verstanden hast, so wirst du es noch besser verstehen. So, ich schlage einfach. Vielleicht kommt auch ein gerade Ball vor. Das wäre schön. Der Ball startete nach rechts. Also die Schlagfläche war offen. Und der Ball macht auch eine Kurve nach links. Und da war eine Differenz zwischen diesen zwei Zahlen. Sehr schön. Dieser Ball ist rechts gestartet. Die Schlagfläche war rechts. Der war aber recht gerade geflogen. Warum? Weil die Schwungrichtung und Schlagflächestellung fast gleich waren. Es geht weiter. Ich hoffe, dass du das interessant findest. Ich finde es recht, recht wichtig. Der Ball ist fast gerade gestartet, oder? So, schauen wir, was die Schlagfläche ist. Minus 1,3 war leicht links verkantet. Aber relativ gerade. Aber die Kurve war wieder zu sehen, weil die Schwungrichtung war ein Plus. Das heißt, die Schwungrichtung war etwas zu sehen nach rechts. Okay, da haben wir einen schönen Ball gehabt. Übrigens, ich spiele mit dem Eisen 7. Der Ball startete ziemlich gerade etwas nach rechts. Und die Schlagfläche war leicht nach rechts verkantet. 1,8 Grad. Und die Kurve ist etwas nach links. Da sieht man den Schatten. Warum? Weil die Schwungrichtung war etwas weiter rechts, als was die Schlagfläche gezeigt hat. Aber diesen dicht an 0 und ich habe da gut bei der Länge profitiert. So wie du siehst, also beim letzten Ball habe ich mir richtig Mühe gegeben, einen geraden Ball zu schlagen. So, nächstes Mal, wenn du auf der Range bist und du schlägst so einen Ball. Und ich gucke jetzt nicht auf diese Zahlen. Dann weiß ich, die Schlagfläche war rechts und meine Schwungrichtung. War nach links. Deswegen hatte der Ball diese Kurve gemacht. So, ich werde zwei Sachen tun. Ich werde meinen Griff stärken. Also den Schläger und den Schläger mir nach links drehen. Und ich werde jetzt versuchen, mir nach rechts raus zu schwingen. So, mein Griff ist stärker. Und ich schwinge mir nach rechts raus. Oh, wunderbar. Dann machte der Ball die andere Kurve. Und so eine Kurve wäre fantastisch, wenn du ein Slicer wärst. Und jetzt schlage ich noch ein Ball. Und ich gucke den Ball an. Ohne diese Werte. Der Ball startet nach links. Oh Mann, ich muss an meiner Schlagfläche Stellung arbeiten. Ich muss meinen Griff schwächen. Ob die Schlagfläche öffnen. Und diese Kurve nach links war furchtbar. Das heißt, ich habe zu sehr nach da geschwungen. Ich muss mir nach links schwingen. So. Ich mache meinen Griff ein bisschen schwächer. Und ich schwinge jetzt mir nach links. Manchmal ist das auch notwendig. Und da habe ich schon einen schönen Ball. Nutze es bitte aus. Geh auf die Range mit diesem Wissen. Und wenn du noch Fragen hast, antworte ich sie sehr, sehr gerne. Ja. Auf Kaufen mit Freude. Tschüss.